Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemeyer, Pateraport und Beziehungscoach und diesmal ein Videoblog mit Themen Dating, Beziehung und Lieben und das eine oder andere mehr. Ja, heute geht es um die Macht der dunklen Empathie. Was ist das denn Schönes? Kurzer Hinweis noch, ich war wieder im Podcast von Steffi Stahl, so bin ich eben, findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Da reden wir über sieben Tipps für gesunde Beziehungen und ich habe noch ein paar Plätze im Bootcamp in München. Ja, was ist die Macht der dunklen Empathie? Ja, wenn man so an Empathie denkt, auch so im Rahmen von destruktiven, toxischen, you name it, narzisstischen Beziehungen, tra-ri-tra-ra, dann fällt einem ja oft auf, wie unempathisch vielleicht der Partner ist, der so im Minuspol ist oder in seinem Egoismus ist. Und ja, es geht einem nicht gut und er sieht es gar nicht und man hat Geburtstag und er ruft nicht an und es ist Weihnachten und er hat keine Zeit oder sie hat keine Zeit. Und es wird ja oft zu Recht auch gesagt, ja, da ist ja keine Empathie und daraus könnte man ja schließen, dass Menschen, die empathisch sind, dass die automatisch nicht, nehmen wir mal wieder das Wort, narzisstische, ne? Man sagt ja oft auch, der Narzisst und der Empath ist so ein Gruselpaar und der böse Narzisst und der liebe Empath und das ist nicht so ganz, also es ist natürlich nicht wirklich ganz falsch, aber es ist auch nicht so ganz richtig, weil es gibt Menschen, die sind empathisch, die nutzen das aber für die falschen Zwecke, sag ich mal, ne? Also vielleicht habt ihr auch schon mal so eine Beziehung gehabt, also ich kenne das zumindest und ihr geht in irgendeinen Kontakt rein oder habt so einen Beziehungsstart und jemand liest euch wirklich also schon von Date 1 jeden Wunsch von den Augen ab, so, wie auch immer er oder sie das macht und ja, es geht so Lovebombing mäßig los, obwohl man zwar vielleicht ein komisches Bauchgefühl und so, aber Mensch, klasse, wenn ja alle meine Wünsche, die ich noch gar nicht wusste womöglich, werden angesprochen und da kann man jetzt nicht sagen, dass es ein Mensch ist, der nicht empathisch ist, sondern dass es jemand, ein Mensch, der sein Einführungsvermögen nicht für die Sachen einsetzt, wo man eigentlich denken würde. Ja, man wird die mit Empathie einsetzen. Das ist auch so ein bisschen versucht, also geeignete Wörter zu bringen. Ich hatte ja auch früher schon mal ein paar Videos drüber gemacht, da habe ich gesagt, naja, man kann sagen, es ist ein Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl oder was ich neulich mal gesehen habe, das fand ich auch ganz gut, man kann sagen, es gibt einen Unterschied zwischen so kognitiver Empathie, das heißt ich, ja, ich kann mich sozusagen eindenken in jemand, aber ich fühle da nichts, ne, also ich fühle so, ja, der, der braucht jetzt das und das oder den kann ich jetzt so und so irgendwie da und da in die Ecke schieben, das ist ja auch häufig gar nicht bewusst oder kann ich den manchmal auch so und so manipulieren oder ich weiß es nicht, aber ich fühle dazu nichts, ne, es fehlt diese mitfühlende, einfühlende Empathie, deswegen, ich habe, das schließt auch ein bisschen an an das Video, was ich neulich gemacht habe zu Gender-Aspekten von weiblicher, männlichen Narzissmus oder Minuspoligkeit oder wie auch immer, der Griff fällt, wird ja eh irgendwann wegfallen, man könnte auch sagen, oder weiblicher, männlicher Dissozialität oder wie das dann bald heißen wird, ja, ist nicht eins zu eins das Gleiche, aber so in die Richtung wird das gehen, ja, das, ja, es kann sein, dass du dich jemanden triffst, der scheinbar wahnsinnig empathisch ist und trotzdem geht alles schief, weil es eben so eine dunkle Empathie war, die mit der falschen Intention. Ja, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen, ansonsten macht die vergehen Kurse, arbeitet an euch, guckt nicht nur die Videos und wir sehen uns bald wieder.